Und damit, hallo und herzlich willkommen zurück bei Super Mario Maker, den Zuschauerleveln, Entschuldigung, mit einer Einsendung vom Jan oder Jan Zeitvogel, Possible im New Super Mario Bros. U-Style. 7 Sterne hat's 31 Leute, haben's versucht, 4 von 333 Versuchen waren erfolgreich, 1,21%, Abschlussrate an der Rekordlieb, komischerweise bei 7 Proz- 7 Sekunden. Wir schauen einfach mal rein. So, da ist ein Yoshi. Holy moly. Und ich würde jetzt mal behaupten, den Yoshi brauche ich. Einzige Problem ist nur, als Großer komme ich da jetzt nicht rein. So, schon besser. Yikes. So, dann stellen wir mal hier ab. Nein! Verdammt. Weg mit dir. Make me klein. Nein! Nein! Nein, 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 nein! Okay. Also, ganz so impossible würde ich mal... Und tschüss. Ganz so impossible würde ich jetzt mal behaupten, ist es gar nicht. Komme ich da vielleicht mit einem Shell hoch? Kann ich mich oben eventuell treffen lassen? Guck mal her. Give it to me. Guck mal her. Guck mal her. Eine andere Möglichkeit sehe ich nicht. Ich meine, klar. Können da oben auch ein bisschen mit dem Shell rumreiten. Aber ob das was wird, ist die nächste Frage. Gott, ist ja Timing gefragt. Achso, ich kann... Das geht ja gar nicht so. Stimmt ja. Jetzt weiß ich es wieder. So, komm, Ronne. Nein! Wah, wah, wah. So. Vielleicht probieren wir es mal von der anderen Seite. So ist es fein. Nein! Jawohl! Ähm. Okay. 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 Er hat das Ding in sieben Sekunden geschafft. So, alle anderen Möglichkeiten jetzt mal... Alter! Alle anderen Möglichkeiten jetzt mal ausgeschafft. Probieren wir es mal ganz anders jetzt. So, give me the pills. Nein! Wieso, Mann? Wie, wie, wie? Ich meine, an Yoshi kommen wir nicht ran. Und ein Pau-Blocker mal auch nur ein. Na! Ach! Vielleicht erst treffen lassen und dann den Pau-Block reinknallen. Probieren wir es halt mal andersrum. Okay, so, am besten nicht. Au! Au! Okay, hier kommen wir auch nicht lang. Kann ich den Yoshi da irgendwie ran? Ne, kann ich eben nicht, ne? Ne, das bringt genauso wenig. Eigentlich, eigentlich kann ich mit dem Pau-Block ganz sparen. Okay, so weit ist es nicht. Nee. Ne. Oh, no! Vielleicht da oben. Ich meine, das Ding ist in sieben Sekunden machbar. Das hat da doch schon jemand bewiesen. Nee. Nee, das bringt mich ja gar nicht weiter. Sag mal, da wird es ganz hellig. Nein. Setzen wir ein bisschen da ab, dass wir vielleicht ein Sekündchen mehr Zeit haben. Boah. Fuck. Ich bin still. Wie immer. Ruhe in Person. So. Setzen wir den mal. Mario, was verstehst du nicht unter dem Wort absetzen? Ja. Mal wieder voll daneben gehübt Das ist richtig geil Komm Setzen wir mal da ab Jetzt kann es doch nicht so schwer sein Hier an den Pilz ranzukommen Danke So dann kommen wir nämlich nach vorne Ja klar Darf ich ausflippen? Darf ich? Ja ganz toll Ja klar Das ist machbar Da kannst du mir erzählen was du willst Da sind überall Stacheln drunter Nein das wird nix Gehen wir es halt jetzt mal ganz anders Okay So am besten nicht Und so am besten auch nicht Und so am besten auch nicht Und so am besten auch nicht Nein Da muss jeder Sprung absolut getimt sein Ja ganz toll Jetzt hat es nur die Hälfte weggeballert Ich hätte mich jetzt nicht gewundert Wenn ich auch schon wieder fast gestorben wäre Wenn ich wieder gestorben wäre Ich habe keine Ahnung wie das gehen soll Aber bevor ich es vergesse Den hast du auf jeden Fall verdient Na fast Ich hätte da oben nur nochmal abspringen müssen Aber ich glaube das ist der Das Rätsel's Lösung So ungefähr zumindest Nein Da hat man doch Geht nicht So auch nicht Ach toll Oh no Oh no Oh no Oh no Jetzt wird's lächerlich. Hm. Ah, da oben gibt's auch nix. Da müsste ich nur noch einmal springen können, da oben. Oder einfach mal richtig treffen. Komm schon. Nein, da bin ich doch schon wieder reingebaut. Ja, Fehlstart vom Allerfeindsten. So, komm schon. Nein. Rechtzeitig springen ist hier die Devise. Oder ich probiere mal was an. Nee, ich hab nur den einen versucht. Oh Gott, das ist ja immer das. Oh Gott. Fuck. Fuck. Hier. Oh no. Geil. Ja. So macht man das nicht. Jetzt klappt gar nichts mehr. Ja, jetzt ist es vorbei. Nein. Da hätte noch ein Sprung gehen müssen. Nein. 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 Das wird nix. Aber habt ihr auch so krasse Level, dann schreibt es in die Kommentare per Facebook oder per Twitter. oder ganz einfach nehmt das Kommentarformular in der Videobeschreibung und wie immer sage ich, danke fürs Einschalten, gehabt euch wohl und tschüss.